Hallo Leute und grüß euch zu einer kleinen Runden CSGO RANK Wir sind die Chaos Truppen von Bavarian Escalation Herzliches Einschalten und viel Spaß dabei! Wohin? Wo lang? Wo runter? Ja genau! B her! Wo du es? Fährt noch! Warte, schau mal! Wir gehen A... Ja, okay wir B Wir gehen A, B Okay wir gehen alle hier unten lang Wohin der Foss Nice Nein! Munizieren alle! Verdammt! Bis dann Äh... Zwei! Ja, dann muss man den Bomben erhöhen One window! Boah ist ja schlecht! Nice Untergesprungen Left, one left One more! Worst Fealing? Window aufpassen? Ich hab den Manifang in Schott gehört Jetzt kommt der Schott Nein! Nein! Fack, Fressioira! Aber hast du gelegt! Good Job! Das ist mal russisch! Ich habe mir auch gedacht, aber ich glaube, der hätte auch genutzt Was ist das? Wir haben auch mit einem Ico Zwei... Zwei Ico, oder? Oder drei? Und wenn du sie schon mit 10 kauft Ja, weil er es kann Hier kaufen wir Tech Manager, ja? Echt jetzt? Toll! Ich hab die Scheiß G18 Ne, Glock 18 Wo ist das dasselbe? Ah ja, G18 Du Cheater Ich glaube, A lang ist auch einer Ja! Ach komm, ey! Zwei und dreißig gegeben A long Der Ventilat Gobi, Gobi, Gobi 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 Auf der Für die sind wir jetzt gegangen, Connector Ja, ja Er legt Macht der Einer von uns steht short Einer unten am Tunnel One window, one door Two window Immer vier Einschärfen Diffuse Oh, fuck Sorry Sorry Scheiß, Rosa Ja, die können sich ja schon Shotguns leisten, die sind mega im Vorteil Terrorist Die haben vor allem Waffen Ja, die können sich ja schon Shotguns leisten, die sind mega im Vorteil Oh, Eiko, mach mal noch Really? Mit Tech 9 oder ohne? Mit Tech 9 Okay Okay, mit Tech 9, Mann Mach mal Sneaker Tech Wo lang? Du hast Bombe, Philipp Das ist auch so lang Du Fixer Geben wir alle Connector? Oder mich? Ich camp da bloß nicht, dass da einer raufkommt Camper Ja Müssen wir ja pippen Also ein B sind 3 Connector kommt in der Glöbisch Da bin ich Woll Woll Alar? Da ist Patti Das kann nicht sein, diese Tech 9 ist so schlecht Sieht... Von hinten käme eins Von behind Da war der einer gerade, hab ich was gehört Da war der einer gerade, hab ich was gehört Left Green Ist der taub Ist der taub Ahhhh, schade Aber gut gepickt Auf der Waffenobzung So, jetzt kann man kaufen Bis auf Grün Weil Grün und Depp ist Und was? Was kaufe ich denn? AWP, oder? Zeus Was, Rush? No No Rush Nicht No Rush, sondern No Ich hab jetzt AWP gekauft Wo lang? Ach Tino, du stehst dem anderen genauer Weg Omei Passiert?! Mist Hat nicht gesehen Connector war ein eigener, ok. Warten wir mal, weil jetzt die Smoke vorbei ist. Ist noch eine Smoke geworfen? Nice, den Pass geht da hinten noch auf. Shot down. Ich schau Wind um. Wind down. Planter. Geh unter Windo. Ich hab Connector. Das war's. Die waren oben bei Windo irgendwo in der Nähe. Rutsch! Das ist ein guter Job. Und jetzt? Na ja, nochmal genau so. Und das ist jetzt 16 Runden lang, dann haben wir gekommen. Sicher, wir brauchen noch 15. Oh man. Ich weiß ja, früher war ja ein Wechsel. Let's go, let's go! Was? Das heißt, wir sind behindert im Kopf, meine ich. Oder leicht gesuffe. Irgend so was. Smoking für links. Ich höre gerade zu. Achso, jetzt haben die einen Smok geworfen. Das ist schlecht. Besser sie. Au. Mich nicht. Martin, da ist in alle Fälle immer. Schwerdkombust. Schwerdkombust. Das ist gut. Schwerdkombust. Schwerdkombust. Ja, was? Ich habe die einen Smok. Ich habe die einen Smok. Der ist gut. Schwerdkombust. Ich habe die einen Smok. Hast du den gesehen, Martin? Der war übel, oder? Der war krass, der war krass, ey. Alter Schwede, ab und zu drückt sich's mein Brause. Tust du jetzt Marko ersetzen, oder was? Ich weiß auch nicht. Noch mal B oder A? Keine Ahnung, wir können es sowieso nicht verlieren. Das ist das Overpass, Mann. Easy peasy. Oh, lemon squeezy. Jetzt gehen wir drei hier oben lang, oder was? Oder wie? Oder wann? Komm, zeig dich mal da vorne, Aimer. Bitte. Ja, ich sch... Oh, da ist er. Kommt, der kommt zurück, der kommt zurück, den knall ich weg. Kommt, dann geht zurück. Bitte. Ah, verdammt. Gut, ich geh rüber, Alank. Oh, hat der noch eh noch Sniper von uns? Oh. Fuck! War lang. Pistol. Long. Pistol. Okay, der ist down. Nice. Bin A lang. Mit Bomber. Martin, saft mich. Ich hab' leider keinen mehr picken können, Bibi. Nein! Bin ich gut. Noch noch einer. Oh, Stretchen hat mich erwischt. Was geht, da kann ich verspicken hier? Hä? Gabe, du kannst doch eh nix. I go long. Okay. Ich guck erst mal hier. Ich schau' auch a wingeltum. Ja, vor allen Dingen, wenn einer von unten kommt, seh' ich das nicht an der Stelle. Ich schau' auch noch vorbei, Mike. Ja, einer ist jetzt nach rechts gesprungen. Der springt bestimmt gleich wieder nach links. Der ist hinten am Rohr rechts. Immer noch rechts. Nein, der ist links, der ist über links. Wie? Über links wie sie geseh'n. Wo sind's vielleicht zu schwer? Ich sag's noch. Geh' mir auch, hm? Ja, geh' mir auch mal. Ich schau', dass da nichts gepusht. Bom, da sitzt noch ein Connector rum. Ne, doch nicht. Oh, wo, Martin? Long, oder? In den Toiletten. Okay, Toiletten. Ah, ich hab ihn gesehen. Toilette links. Shotgun. Nice. Nice. Hä, wo's wer? Jetzt ist noch einer lang. One A lang. Kommst du den Connector? Ja, ja. Hm. Ja, schön. Mauer B. A würd ich sagen. I go long. Okay, er geht A lang. Ich geh auch A lang. Ich bin schon zu lange Bombe. Oh, das muss ein bisschen früher kommen. Sorry, ich hab ihn voll gesehen. Nice, man. Nice. Nice. Wie kann man nicht erreichen? Ich kann sogar auf dem Boden gehen. Gesundheit. Also auf die Zeit habe ich mit uns geachtet. Ja, ich habe nicht. Ich schaue nie auf Zeit, wenn ich selber spiele. Vor allem war da rechts Rauch und er dachte, dass der Eckert aus dem Gewitz. Smoke, Meter. Also. Oder? Nee, doch nicht. Boah, da können wir noch. Oh, mein Gott, echt. Ah, Philipp. Rechtsraut. Oh, geblendet. Okay. Noch mal geblendet. Gruzifixletten. Aber ich sehe. Das ist geil, okay? Okay, da ist noch einer. Der hat gerade raufgeworfen. Äh, Brand. Dann gehen wir. Ah, oder wer? Go away, go away, go away. Ja. Go away, guys. Komm mit. Jetzt ist es wieder die Bombe nehmen. Na genau. Ich bin low und geh vor, Mann. Wenn die Bomben verlieren, dann seid ihr zum Arsch. Hey, ich habe gerade eine Nachricht gekriegt, Philipp. In den WhatsApp. Ich gehe nicht A lang. Also A lang lang. Oh. Letzt hier geht es auch rein. Oh. Oh, der ist lang. Mäck. Hey. Launa? Ja. 17 Sekunden. Time. Time. Go play. Und CS. Go play. Go play. Wow. Nice. Pfff, das war vorhin schon so gelaufen. Wann da jetzt? Ja, Bank raufgekommen. Bis am links. Ach, die Zeit. Wir haben ja weniger Zeit als uns. Bist du da? Nein, nein. Ja. Ja, sorry. Sorry, kurzi, Alter. Ich bündel mich leicht am Stress. Wir sind immer noch in CS, ja. Wie kommt das so vor? Mirik ist Hacker. Ja, Mirik. Keine Ahnung. Ach, dort. Ach, der Gabi. Hahaha. Hacker. Hacker. Ach, der ist Hacker. Ja, du bist Hackschnitzling. Oh, f***. Ein Hacker hat Hackschnitzel. F***, ja, ja, ja. Hat er mir auch gleich mal... ...wein Fufsi gegeben. Grün ist links, einer lang mit der Bombe schon. Er ist in Gelb, der andere. Oh, ist dauernd. Martin, du bist auf B, okay. So, Connector gegangen, oder? Einer hat A lang. Einer läuft A lang. Offensiv. Einer sitzt beim Truck. Ah, ich bin dauernd, verdammt. Ähm, Container in der Mitte. Zweiundfüßig Sekunden. Na, 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 na. Na, 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 na. Be quiet, please. Ist Russenbiffi? Könnte sein... Ah, aber liegt in der Mitte. Prost, die drei Patronen. Prost, die drei jemannige Patronen. Du понял mich? Wo ist Mitte? Ja, ich kann nicht sagen, wenn der da ganz reinquatscht. Ist egal. Äh... Ich hab keine Ahnung, wo bei dir Mitte ist. Ja, egal. Ja, das wissen wir jetzt schon, dass du Hacker bist, Alter. Du musst nicht alle zwei Sekunden sagen, Mann. Das regt auf. Goddamit. Ich bin Hacker. Ich bin Hacker. Ich bin Hacker. Ich bin Hacker. Okay. Äh, brechen. So. Ich hab gemutet. Ich hab's gewusst. Aus, wie sitzt der, glätt zurück. Vornherum wieder. Ich hab in die Ecke geguckt, aber nicht getroffen. Mist. Toll, was geht denn ab? Wo? Toiletten. Drinnen, oder wie? Äh, aus. Der saß... Doch, wo mein Abel liegt, links in der Ecke. Da saß er. Na, ist schon weg. Geh weg, plant. Da ist er noch. Da ist er noch. Bank, bank. Fuck. Low HP, one, low HP. Du weißt grad nicht, wohin. Den hat er. Sorry. Noch, eh noch. Aber mitringen. Wo? Mitte, äh, da, ja, da lang. Achso, ja, Bank. Äh, schaffe ich nicht. I'm Cheater. I'm Cheater. I'm Cheater. Oh, du Cheater. Fui tap. Hab dich schon gemutet. Reden auf den Zack. Tabletop Simulator ist fertig. It's it. Dann schauen wir uns doch das gleich mal an. Mike, du hast Bombenbär. Jawohl. Nice. Da ist noch einer gewesen. Sicher? Ja, der ist rechts um mich. Der ist wieder zurück. Ah, verdammt. Hab ihn gesehen. Warte mal, Mac. Ich warte. Geh mal zurück. Warum? Ah. Das macht ihr Ding. Ihr Helden. Das mag, glaube ich, war ganz schön gut, Martin. Äh, ich passe mal hinten auf, erst mal, bis er durchsseit. Oh. Schi, Martin. Mach mal hin, 55 Sekunden. Besser ist, glaube ich, keiner. Okay, okay. Nice. Der war, der war stark, Martin. Der war echt nicht schlecht. War fast lecker. Oh, ist Martin auch schon hecker Ski? Oh, jetzt war es alle runter im Team. Ich kann mir mal einen Kepler kaufen. Move it, move it. Oh, nice. Go away. Go away, team. Go away. Was ist, soll ich schon sagen? Ja. Ah, na toll. Da war einer. Gerade lang. Ja. Der läuft immer nur vorbei. Wenn du hängelst, hättest du ihn getroffen. Ja, aber wenn nur einer von Schott kommt und die pusht bis down. Da hättest du Schott geguckt. Er ist ja rechts oder links jetzt? Links. Okay. Nur links. Nein, ist rechts, ist rechts im Eck. Ist links. Nice. Faschier im Eck. Äh, Toilett, soll er wie, Martin? Ja, ähm, eher im Mittelgang. Da hat er wieder gecampt. Ach, da habe ich drin. Ich glaube, das dauert so lange. Das kann schon sein. Guck mal, wo Geld ist. Ich glaube, sie haben schon gesehen, meine Niki. 40 Sekunden, schau mal die Zeit, 40 Sekunden. Da war einer, Philipp, außen. Habe ich ihn. Genau, der war das. Linker, Ecke achten dort, die zweiter. Noch mehr. Oh! Ah, links im Eck gleich. Jawohl. Ja, da war ein Tank, da war 5. Okay. Oh, nein, nein. Drauven, links. Klick, 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 klick. Ja, ja, plant. Ah, plant in der Bob. Oh, es wird plantiert. Jetzt ist def, geht's def. Ich bin auf 100 Prozent auf dem Weg. Okay. Ich bin auf 100 Prozent auf dem Weg. Steuergelder, Beide ist der Profe. Gut. Okay. Ich habe die Patron Schuss zu spielen. Ich glaube, sie stötet mit der Bräder, wenn ich mich so blöde bin. Kann ich die bitte? Ich schau mal an zwei Mann an zwei Worte. Wird es gleich ein? Mm, na. Mm, na. Wir schauen mal noch mal mehr. Wir schauen mal nochmal. Ich gehe jetzt zu mir Schuert. Immer picken, ha? Einmal, einmal ganz kurz schauen. Okay, bin unten. Der versucht es aber jedes Mal, der Trottel. Uh, einer weg. Ah, lang. Gobi, Gobi. Warte, ich komme mit dir her, also gehen wir. Ah, ich geh schuett. Warte, ich geh lang. Ah, mech, rechts mech hinten, Martin. Oh scheiße, der eine ist schwarz, der kommt von hinten. Der kommt gleich von hinten. Yellow, Gobi. Yeah. Der eine war schwarz, gell? Der hat mir ja auch gehabt. Ja. Nice. Nein. Def, 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 def. Nice. No, no, no. Geh def, Martin. Ja. No, 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 no. No, 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 no. Time, time, time. No, 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 no. No, 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 no. Er kommt rund. Warte, doch nicht. Tschüss. Martin, wenn du da am Eckerl steckst, kannst du leicht zu preshooten, da hab ich ja so viele Hedys gemacht, werde ich dann immer gleich wieder rauszuspringen. Ich muss eigentlich sagen, wenn du unten erstmal durch bist, da oben ein Window wegzuholen, ist eigentlich recht einfach mit der AWP. Ja, du kannst ja das mit der AWP. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Nochmal kurz gucken, oder klar? Ich gehe mit dem Connector. Okay, gucken. Immer gucken, Mike. Na, diesen probieren wir aber nicht. Martin, du hast Bomben gar, wenn sie es droppst hinter dir hier oder so. Connector, Container. Der Step-Tick muss fahren. Nice. What? Unten, lower. Oh man, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich suche es, gehört dir noch. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt nicht mehr der Lang gelaufen. Warten wir mal, Martin. Ich mein, eine Granate. Der hat sich mal gekackt, aber der steht da nicht mehr. Du bist nicht getroffen. Und? Ah, von links. Das war der, mit 50. Time, time. Ah, scheiße. Aber schrecklich warst du eigentlich getroffen. Ja. Jetzt war's, das war's. Ah, gut. Jetzt muss ich machen. Aha. Letze Runden, oder? Ja, letze Runden. Letze Runden. Letze Runden. Letze Runden. Letze Runden. Mit der Maul. Letze Runden. Martin, kaufe ihn. Don't smoking, mehr kaufe ihn. Okay. Wie hättest du das? Heißt du, der ist mit dem Anglisch? Kann ich dich nicht machen? Oh, ich hab's gut gemacht. Der ist mit dem Anglisch. Die Worte ist mir nicht so cool. Nee. Hallo? Wie hättest du denn? Geh auf den Connector, Martin? Okay. Ich verschieb hinten um mich. Aufweiß ich gar nicht, dass Schatten nicht rein ist. Oh, ich habe's gut. Nein, da hinten sitzt er noch! Oh, ganz hinten in der Ecke! Wie nennt's das? Banker? Okay. Links ist Banker. Ich gehe B, okay? Ein Banker. Könnten aber auch zwei Sneibers sein, bin ich ganz sicher. Ja, ja, das sind zwei. Warte, wir verschieben nach B. Was? Ja, ja. Das hat der Gabe ja gesagt. Ach, 20 Sekunden. Für Sniper, dann muss noch einer bei B sein wahrscheinlich. What the fuck? 35 Sekunden. Ich liege. Ja. Ich smoke dann schweig. LOL! LOL! 25 Sekunden. Ja. Du bist jetzt wieder weg drückt. Geh, 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 geh. Ja und Willow. Das gibt's nicht! Das ist ja eine riesige Revolution. Geil! Nein! Ich schweig die Blattbank. Bleib tot! Ich bin sehr begeistert von dem Spiel. Ganz ehrlich. Jetzt ist er recht runter gesprungen. Rechts, 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 rechts! Ja! Rechts, 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 rechts! Na, ich hab' ihn gesehen. Ich hab' ihn gesehen. Ich hab' ihn gesehen. Allein, dass du sprichst, stürt ja schon. Mike, das ist nämlich von dir aus jetzt als Kompliment. Hat man gerade gemerkt. Er hat gesagt, ich hab wegen dir nichts gehört. Schlimm wäre gewesen, wenn ich gesagt, deine Anwesenheit ist störend. So ist natürlich viel besser, genau. Connector. Ja, die laufen unten lang. Seid fremdlich zueinander, ist Wichse. Ach verdammt, einer lang. Rush 2A over Connector. Okay. Tech-9 hat der A lang. A lang geworden ist Tech-9. Tech-9. Ja, da steht einer. Fuck off, was ist die Underfucking-Russian-AFK? Die Underfucking-Russian-AFK. Die Underfucking-Russian. Du meinst die auch da, oder? Ist das geil. Weil ist die Underfucking-Russian-AFK. Ja, jetzt hat der Fall. Den muss ich mal aufschreiben. Ne, Spitze. Die Aufnahme läuft nicht. Ja, sowieso. Jetzt ist er. Oh Gott. Nein, nicht den Scheißerfangen, Martin. Du kannst zwecks grieving. Ich komm mit B. Geh' genau an, wie ich hier stehen soll. Aber das wird's. Obwohl dann gerne. Ja, du bleibst mit mir jetzt einfach bei und gestern runter. Geh' aber Connector, äh Mike. Ja, das meine ich jetzt, ja. Too long, too long, too long, too long, too long, too long. In Toiletten kommt einer. Ach, verdammt. 67 hat's ich gegeben. 33 hat er noch in Toiletten. Alter, mag der nicht sterben. Alter, mag der nicht sterben. Schade. 24 gegen 2, Alter. Dann hab ich mindestens 5er getroffen. Pisse. Ja, ey, 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 ich kann noch. Keine Ahnung. Der ist der Underfucking-Russian. Genau, der ist der Underfucking-Russian. Warte. We got this. Wo-wo-wo-wo-wo-okay, ich geh' wieder. Aber mit... U-st auf, äh... W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w, jetzt geht er da unten. Wir machen immer 3RA, ja? Et 2B. Theoretisch. Okay, dann geh' ich doch wieder hoch. Angekratzt habe ich den Wichser. Ein Wichser? Ein langer ist einer, ein ganz langer. Unbelegt lang. Ist klar, der Stiffler, das gibt es nicht. Ja, die sind zum Toiletten reingegangen. Infinity ist ein Collector drinnen. Der Gimbal zippert sich hin. Ja, Acker. Toll. Toiletten. Wenn du auf B oder Toiletten, das will ich jetzt nicht. B. Hast du die geworfen? Nö. Nö, das ist A. Ey. Das ist jetzt Bank und ein Bro. Ja, der auf eine Bank liegt. Boah, geil. Boah ey. So, jetzt können wir kaufen. Überlack schon. Scheiße, reicht doch, es reicht für AWP. Scheiße. Mach ich oder mach ich nicht? Ne, mach ich nicht. Was? 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 Ich bin um Windows, ich smoke schraub, Martin. Hm. Oh ja. Wie? Echt? Bei mir ist auch was. Okay, blöd. Okay, blöd. Wie? Ich hab euch mal ein Handy gegeben, die sitzen hinter der Wind. Ja. Wow. Unten. Die Wichser, die haben das voll drauf. B sind drei Stück. Einer unten, links. H2. Wann ist beim Blenden? Nice. Ja, nice. Ich hab eine AK, wenn du jemand möchtest. Martin? Ne, danke. So ja. So? Ja gerne, gerne. Äh. Da hinten. Ja. Messe für das. Äh, jetzt oben, Rad. Ah so, okay. Äh, jetzt komm mal AWP probieren. Ähm, Philipp, push mich im... Oder ich push dich je nachdem über das Zement sack pioneer. Okay. Blayin Down Smoke. k bisher immer als wurscht bitte zu müssen es gibt Bomber Saar hier noch selbst nicht verabschieden und es ist nicht muss oder so kann ich verlieben zum Tor er passt später Ja. Servus. Harry. Nein! War da noch einer. A lang. A lang. Und... Er war hinterm... hinterm Stor. Im Stor? Meine A belegt äh... bei den Toiletten hier und dem Vorraum rechts. So. Der hatte AK. Go, 1-B! Ah... Oh! Uh, rag... Kick ihn die, blieb! Kontroll kick! Was5k, was5k! 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 Der ff... Mop- Adventures-up啊... ADP Was ist die Flash, Martin? Mhm. 20 Sekunden. 10. Oh, einer ist rausgegangen? Ja, von uns. 4 Sekunden. 4 Sekunden. 4 Sekunden. Ja, die meisten Kills. Ja, die meisten Kills. Alles gleiche, wo er gekillt. Nice. Der andere AF Karrus ist weg. Jetzt WGB, hm? Okay. Ah, nicht der Bot. Okay, Bot bleibt hier. Puschen, Martin. Der auf. Schön. Unten ist einer. Ja. Es sind zwei, einer down. Zwei der down. Sehr schön, Martin. Genial. Aber noch keine Bombe gesehen. Egal. Schart war heu. Aber drei Leib hinkt man auf B. Nächsten mir. Okay. Die Bombe sehen. Schart. Da ist noch einer im Wasser. Bombe. 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 Boah. Ohja. Da unten. Unten war der Martin. Ohja. Er hat noch 80. Er ist auch schart. Das interessiert mich nicht. Da unten. Der unter Terroristen gewinnen. Boah. Aber P geschnappt. Mähmähmähmähmähmäh. Komm ich auf mehr vor dich mach. Hihi. 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 Du volltäckl. Hihi. Unn a Kid. Unn a Kid. Ja unn a Kid man. Los! Ich kann's dir Doom botten Kid kaufen. Hab' ja aufglappt. Meins? Ich bin ja gestorben. Aha. Is nix. Ah Bombe Alarm. Haben sie gerade gegenseit gekillt. Nice. Martin ist dort, sehr schön. Du weißt du? Flash. Ach fuck off ey. Äh, noch einer dort. Wo? Der Obland? Der Grasteil da vor den Toiletten. Two bad guys left. Jetzt oben auf der Ecke. Der steht vielleicht hinten, meine ganz saure. Oida, wo's geht'n? Ich rief nur noch mit der AK raus. Habe eine AK. Falls jemand will. Nein, der hat der Bot. Ach so, scheiße. Bot, gibts die AK. Ich rief mit der M4 nix mehr. Okay. Und dann bin ich mit der AK Bisse. Dann mach doch mal einen Tauschhandel mit dem Bot. Überstehen. Ja, dauert noch einen Tag. Das kann ich erwarten. Du musst dem ersten Mal eine Facebook-Freundschaft anbieten. Wahrscheinlich. Ja, gelb wird nicht los. Bin alleine. Bist du schon? Und dann? Dimm dimm d-d- Toller Smoke! Gefällt mir auch. Ohne Scheiß. Status? Scheißdreck an! Bleib 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 bleib! Ja. Okay, aber, 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 aber. It's over, it's over, komm. Scheiße, das liegt kacke. Bombe, bombe. Geil. Los holst du eh? Ja. Der Bot völlig verwirrt, wie der hier rumrennt. Bombe? Seh ich nicht? Warte hier. Bleib hier. Affirmativ. Ach, da ist die Bombe. Ich glaube, die machen noch Quatsch, dass der reinkommt und nicht kicken können. Na, die schießen schon scharf, das tut weh. LOL. LOL. Ich will den Handy durch die Welt gehen. Unten. Hobby. Nein. Hihihi. Was ist das los? Nein, jetzt pickt er mich das. Zwei alle bei der Show. Drei Sekunden. Bot Nimmer Bot. Ja LOL. Ja LOL. Tuch mal jemand. Und der hat grad... JAWOL. Merkst du mal, was ich da vorher angehüttet habe? Wahnsinn, Leute. Brutal. Oh ja, der Bot Horatus nicht, boah, alles klar. Ja, der Bot weiß auch das letzte Runde ist. Ja, jetzt bin ich mit dem Bot alleine hier, what the fuck? Ja, das machst du schon. Das schaffst du schon. Ja, ich komm schon. Ich komm bei mir. LOL, zwei unten beim Dingshow. So, jetzt brauche ich dann help. Mensch, mach den Scheiß dazu. Wie machen die Scheiß-Statistik hier zu? Kuh, Störung. Ja, Kuh war's. Wo ist der Bot jetzt? Schon tot, oder? Der ist schon down, ja. Der hat dann instant noch den Headshot gekriegt. Die waren zwei im Connector unten drinnen. Ich habe auch keine Anzeige mehr, wen ich zugucken hier. Nein! Kuh, was ist denn das für eine Scheiß-Taste, ey? Hinter dir? Einfach mal, dass du da bist. Nicht so, okay, wie. Kann doch nicht umschalten. Skar, nice! Wow, 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 wow! Ja, lol! Ah, ich hab noch fast nicht getroffen! Oh, ich hab... ich hab Echo. Was? 1.750. Bist du besoffen? Ja, warte, Mike, warte. Kriegst du ein MP7. Warte, 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 warte. So. Ja, dann nehmen wir die. Ja, ich nehm sie, ich nehm sie mir schon. Warte, was willst du denn jetzt? Na, passt schon, ich nehme mir die MP7. Du trissst nicht der besser. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. I'm behind you, Martin. Describe me. Soll, der Bot springt sogar. Throwing smoke. Hold this position. Yes. Dann schießt du nicht mit Autosniper. Ja. Auf bottom connector mit dem Autosniper geschossen. Boah, der Lacker. LOL. Zwei haben Autosniper. Ja, da kannst du es geradeaus durchheizen. Genau. Tun wir aber auch was zurück. Guck. Das ist noch vier. Wir haben nichts gesagt, ja. Aber wenn wir die jetzt verlieren, müssen wir fast eine Ecke machen. Und dann wird es... Also ein Blödl spiel wieder ganz schön knapp. Der Botter hat angefangen mit dem Scheiss. Ja, der Botter hat sich Autosniper gekauft. Da kann ich nichts dafür. Toiletten ist noch einer. Ja, Connectors. Gerade einer raus. Zwei Toiletten. Einer außen, einer innen. So. Bist alleine. Autosniper. Zwei. Zwei Stück, glaube ich. Aaaaah. Scar. Lodgep. Ja, Saga. Hat es keine Emotion mehr? Ja, sprühe nicht Russisch mit mir. Ich verstehe noch Englisch, du Bot. Du geblöde. Shut up. Du geblöde. Ja, shut up. Boat hat sich... Oh, der Bot hat eine gute Idee. Oh ja! Oh ja! Der Bot hat eine gute Idee. Die ohne Kevlar Shotgun spiel. Idiot, Idiot. Das kann ich keine Shotgun kaufen. Das kann ich nicht mehr. P…. Willst du hin, Bot? Da ist einer drin, gell? Mhm. Ich glaube Connector sind sie. Ja. Ja, Bot ist so dämlich. Sollen wir einfach mal reinrotzen? Puh! Sky! Oh mein Gott, Idiot! Wollt schon wieder tot, Frau, verdammt! Ey, ey Sky! Wie gehst du denn da drauf? 26. Ja, gehst du nachgefangen da? Hi, Martin. Ja, das Auto schrotzen. Mit die Fresse. Wir hatten dich gekillt, oder? Silence. Boah! Ah, der war's nicht. Der steht wieder da wie immer. Kämpft in der Mitte. Nein! 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 Zack! Oida! 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 Hast du den Kill gesehen? Ja. Ja, das war halt der, den ich ja quasi schon tot geschossen hab. Warte, hast du wieder eine Schrotze? Machen wir jetzt Ecke? Ja. Ja. Echt? Geil. Ja, wir müssen das gewinnen, ey. Wenn wir jetzt noch ein wenig rumblödeln, dann ist's für den Arsch. Ja, dann haben wir mal ein Spiel verloren. Ich hab sim kann und kann mir ein Schotti für euch kaufen. Auf Aura Pass, Mann. Wir können maximal unentschieden spielen. Dann haben wir immer noch nicht verloren. Bestimmt, ja. Boah, jetzt wird's aber kleinlich. Oh, die meine ich wäre nage. Danke. Warte hier. Affirmative. Connect ist was? Ach komm, ich bin der Witter-Auto-Sniper! Ähm, Connect hat einer rausgekommen. Oh, BOT! Komma! neue voll reingerannt wird es mir geben ein schuss noch von hinten es ist so geil das ding das hat so einen bums ja bitte eine runde kann ich zumindest nicht danach gibt es wieder shotgun echo ist das beste macht nichts anderes der macht ja noch echo ok bot geht vor ich bin jetzt mit dem bot alleine ja der ist durch links die sind nah der hat es einfach nicht just hide für dich oder auto sniper ja einfach verstecken Mist alter ist durchgelaufen ich gehe zurück ein auto sniper habe ich laying down smoke ich habe mich gesmoked nice auch lang noch einer ich gehe zurück ich gehe zurück ich gehe zurück ich bin der erste obwohl die nicht gut waren die waren scheiße muss ich sagen die waren nicht so gut die waren scheiße danke für die diagnose man muss sagen die haben nicht gut gespielt vor allem jetzt mit dem ende mit autosniper das war verzweiflung pur das war lustig wenn ich mit shotgun daherkomme dann kannst du nur autosniper spielen so viel sage ich dazu ich gehe zurück ich gehe zurück